So, willkommen zurück zur Let's Play Star Wars Republikkommando. Ich würde vorschlagen, wir gehen das mal durch die Tür. Letzten Part sind mir durch das Herz des Waldes gegangen, haben leider keine Wookiee-Bee-Bees gesehen, aber dafür ein Haufen schwerer Trando-Soldner. All diese schönen, riesig-fetten Waffen hier. Ist da überhaupt jemand? Okay, tschüss! Mach bumm! Stürr! Danke. War das so schwer? Okay, der geht da. Präzisionsschuss vorbereiten, der geht da weg. Da ist das erste Notstrom. Ist da? Ähm... Was ist das für ein Baum? Wow, da geht es ganz schön tief runter. Das nämlich mein Boom. Die geben mir Rückendeckung, hoffe ich. Eine Minute. Ne, ne, ne. Das riskiere ich nicht. Doch, doch. Nein. Doch, was soll's? Und sie ist die beste Taktik. Es ist ein Jirolisiarder, ich höre sie doch. Ich zähle auf mein Ziel, dass sie sie abschießen. Ja, die Trinkers würden sie ihre Arbeit machen. Ich meine, man hört sie sterben. Was will man da mehr? Oh, oh. Schießt sie ab. Schießt sie ab. Schießt sie ab. Ähm... Ah, man, der schwer beschießt mich. Man könnte mir helfen. Sollte mir Rückendeckung geben. Das ist bewusst. Wir haben's gleich geschafft. Erstes Notstrom-Attrikat ist... 3, 2, 1. Wer der hat da? Oh. Das Licht ist gerade angegangen. Wir schnittige Alpha Generator online. Das sieht cool aus. Oh, wo sind die? 07 GT-T. Ne, ich bleib bei der Waffe. Die ist mir hilfreich. Zwar nicht gegen Superkampf-Druiden, aber... Ist sehr hilfreich. Oder? Geosiana oder das fette Ding? Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich bleib jetzt bei dem Teil. Aber das Ding hilft auch gegen Spinnenkampf-Druiden. Aber das ist gut gegen nur Tranduschana. Wir sind im Trando-Gebiet, also lass ich das mal. Oder? Vielleicht. Egal. Okay, der Nächste. Ich will schon, dass ich hier bin, oder? Na gut. Hi. Boah, der schlag ich noch daneben. Wie geht's? Was, der lebt da noch? Ich dachte, der wäre tot. Junge, 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 Junge. Junge. Why do you... That... Jeez. Das war ja nicht mal ein gutes Engelisch. Kennt ihr das? Man will einen Satz sagen und vergisst, was man da mittendrin sagen will. Das passiert mir sehr oft. Und echt in den komischen Momenten fällt, passiert das. Einer darf... Ach, ich hab's doch gewusst. Okay, ein anderer macht das. Ich will mithelfen. Und hier gibt's keine Scharfschütze. Puzzelt ja auch da drauf auf mich zu schießen, Mann. Du hobbyloses, wiegendes Ding. Der Falle ich noch daneben. Ja. Ups. Oh, Mist, der ist zu laut. Oh, 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 oh. Geh weg. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Sieben. Ich hab den, ich hab ein Ziel aus dem Auge verloren. Boah, ich bin so ein schlechter Zieler. Oder, oh. Und hier haben wir einen, ich schätze. Sie erleben ein Meisterschätz in der Nation. Gut, sieben. Boom. Ach, ist das nicht schön, wie Insekten einfach so in die Luft fliegen. Dieses Insektenvolk. Ich bin so schlecht, Mann. Tschüss, tschüss. Ich bin so schlecht mit Scharfschützen. Ich glaub, ich geh lieber auf die Waffe. Oder auf diese Waffe. Nicht wahr. Aha. Richtig. Ich bin so schlecht, ey. Finden Sie den Kreuzer der Separatisten? Ein Generator mitten in einem Baum. Wenn das nicht seltsam ist. Sieben, wenn das hier vorbei ist, schicke ich Sie höchstpersönlich in Urlaub. Gehen Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Nein, siehe sich nicht schlecht. Bin unterwegs, Team Leader. Schicke ich Sie zu Urlaub. Oh, Gott sei Dank, Sie gehen weiter. Ach, was ist das? Google, wir werden Sie in Deltas. Bleiben Sie in Bewegung. Ja, 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 chill ab, Mann. Gegen den Strom. Das klingt mal interessant. Der Sieben, der ist mein Lieblingscharakter. Der ist immer cool und hat ein bisschen gewalttätige und sarkastische Natur. Das gefällt mir an dem. Der ist so sarkastisch und ein bisschen brutal. Der ist so geil. Ach, ja. Ich hätte so einen gern als Kumpel, der so gerne brutal ist. Naja. Gehen Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Ja, ja, ja. Aber der Berater, auf den kann ich echt verzichten. Der, der sagt uns immer, was wir tun müssen. Wir sind ein Delta-Kommando und Berater beratet uns zu viel. Naja, egal. Äh. Äh. Hallo. Richtig, dass überhaupt was? Ich bin mir jetzt nicht... Oh, Leck. Leck. Absturz. Nein. Äh. Okay, das wird jetzt tödlich. Okay. Das war jetzt tödlich. Der, der läuft sowieso gleich durch die Tür. Schieß ihn ab. Ey, der, der ist nur auf mich fixiert. Das heißt, wir können ihn abschießen, ne? Der ist nicht mehr. Stirb. Ich hab gesagt, äh... Ah. Positionieren. Knall die ab. Genau. Oh, oh, das ist zwar ein Spindroider, oder? Diese traurige Musik wieder. Nein, nein, das kommt. Ah. Ah. Nein, da geht man da hin. Ach, man bist du. Die Waffe kannst du nicht verwenden. Wir brechen auf. Genau. Hier, nimm das. Hab ich wirklich daneben geworfen? Was guckst du? Wirf. Der mal, du Dator. Alter, wie viele wirft denn hinterher? Position ändern, Delta. Alter, diese Musik, ey. Die ist sowohl... Ich hack mal kurz meine Klappe. Geh in Deckung. Erwarte Befehle. Okay. Weiter geht's. Erwarten Sie Gesellschaft 3-8. Gehen Sie in Position, Delta. Bin unterwegs. Ach, wo, 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 Dator, vergessen? Einmal Panzerbrecher drauf. Genau so. Also die Musik hier war jetzt doch schon gerade eben geil, ne? Das muss man mal sagen. Die Musik ist schon geil. Das macht hier Star Wars auch recht cool. Naja. Okay. Ich würde sagen, aber das ist das letzte... Oh, komm. Das ist doch nicht der Erz. So, bitte dahinter. So, das machen wir jetzt ein bisschen brutal. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Lass ihn... ... ... ... ... ... ... ... sieht so aus die auf der da 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 jetzt reicht wie man wechsel die granaten wir werfen ein paar granaten rein steh auf wirf granate einer hecke da das hätte ich nicht an scotch verwenden sollen macht weiter macht er macht auch nicht legen legen oder lecken weiß nicht was der richtige fachbegriff ist lenken oder lecken ja das ist komisch aber sagt auch aufzulecken und tschüss ich auch also noch einer nimm das und das ich höre das jetzt nicht scotch wackelt so komisch das sieht witzig aus weiß man macht die dich auf die kosten anderer lustig aber das sei jetzt wirklich witzig aus so viele von euch ich weiß nicht mehr wie viele abschüsse ich habe ich auch nicht so viele von wieso ist das ding eigentlich mitten drin jetzt hier das ja reingeschoben bekommen das würde mich gerne interessieren ich muss nachlaufen die auf wo geht es mit woki mögen im hangar ne 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 die kann man nicht so töten den muss man so töten okay stirbt boah die ach wir kennen den zuerst ja obwohl einer kann ihn mal wiederbeleben zack genau da sagst du wahre worte was da ist das ein woki ach der da ist so groß alter ok woki zeig uns den weg er sagt wenn sie irgendwie die tür öffnen können sie einen hinterhalt umgehen das wäre ja mal ganz was anderes 6 2 geht in position es ist halt es ist der einzige weg da wenn wir die tür benutzen können wir einen hinterhalt durchgehen übergehen ähm wehen dann mal sehen was auf der anderen ja sir platziere sprengsatz ich glaube ich glaube sein wort nicht das ist ja feiner woki macht deinen job woki heute offenbar durch den woki zu schießen man er ist unser freund falls ihr vergessen oh die schießen durch den woki durch das ist unglaublich ja und da passiert das ist ja logisch oh ich hab ja keine muni mehr fällt mir grad auf ähm das machen wir da jetzt viel pistole nehmt das so die pistole haben wir noch nie verwendet fällt mir grad auf schieß 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 ok das war lustig ja das war wirklich lustig die tür hat sich bewegt wo wo müssen wir überhaupt hin durch die tür oder hier rechts ok hier ist nichts ein bisschen blaster munition wäre nicht schlecht oder geht es hier weiter ok blaster munition ich gehe mal nach hinten durch ja andere seite was kann man hier schon finden mal ernsthaft also panzer brecher haben wir denn sowas wir sind ach ne ich gehe mal nach hinten hin ich weiß nicht welche richtung besser ist ich glaube der woki hätte noch leben sollen die anderen machen die anderen machen back die schießen da durch den woki was was erwartet man ich bin verwirrt wo geht es denn weiter oder kam ich von hier hä hä ich bin verwirrt gab es zwei wege habe ich eins übersehen ne von hier kam hä 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 wo wo ja hier bin ich ja hä 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 ich bin verwirrt wo ist denn der weg dann zurück und wie bin ich dann hierher gekommen und hä 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 oh ich bin so verwirrt aber na gut na gut na gut na gut na gut ich bin ja ich dachte schon da hängt fest oh ja ja ich speichere lieber das sieht riskant aus am ende brauchen wir den typen noch ich muss das level von vorne machen wollen wir zum mitfahren weiß jemand eine gute geschichte um uns die zeit zu vertreiben Delta team von mir komm her ja okay der kann sich bewegen hangar danke oh das woki schön oder auch nicht kämpfen können diese haarigen biester oh ja oh was mit dem passiert es ist general grievous und erscheint nicht allein zu sein oh ne sir grievous entkommt ich habe das signal verloren verdammt ich informiere die whoopies wir können im moment nichts unternehmen konzentrierte wir haben die primär ziel selten gegen mal wir sind diese typen schon wieder ja da sind drei tun sie ziemlich gut sogar einer da alter da der ach ne das reicht ich geh da dran oh 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 ich muss mir ausrum natürlich was war das denn mit feinster präzision versuche ich jemanden zu erwischen ah stirb das sind drei stück von denen meine fresse sieben ich kann so gar nicht schießen damit vergessen wir es schießen wir auf den doch ich schaff das ich schaff das ich will ihn treffen man oh einer ist tot oh ich werde beschossen aber ich treffe auch nicht so gut aber volle konzentration deltas wir müssen ganz rauf unter das schiff sprengen welches schiff aber wie ist das so viele leidwächter ey ich dachte der ist ja immer nur vier gehabt als also das hat jemand über die ich kann schon gar nicht mehr reden denn was macht denn der ist ein bisschen doof das ist nicht mehr oh der hat eine boki waffe fallen gelassen ho ii röhn ells ich hab' ja wo geht sie besser aus für die richtig brutal lineiten ok kannst du nicht nachladen haben wir hier genug money nein ok das war jetzt aber interessante angelegenheit auch für die buchkiss hoch sind ich werde sie ewig in gedenken halten du halt sich nicht okay das wäre recht interessant würde ich mal sagen auch wenn ich so guter schütze bin muss finden sie den aufzug diese ruhe gefällt mir jetzt nicht immer so viel los hier so ein bisschen gewalt ich weiß nicht ob das ein gutes oder böses tier war könnte man woki sein okay ich rette dich das muss ja mal machen ja so geht mir auch manchmal ganz schön zerstochen interessanten waffen ja ihr wuchs ihr könnt ein bisschen nachhelfen ich meine hier sind ja nicht mehr wie meine sie werden die schießt euch nur an also ihr müsst nicht drauf reagieren aber ich würde es empfehlen reißen auseinander reißen auch noch fünf vier sekunden dann schweiß meine granaten los du schaffst du dir schafft hat wo kies ja genau und tschüss nein er schließt du den mark contraire keine zeit zu schlafen steh auf steh auf denn das ich will mit kämpfen dass das und jenes das habe ich eigentlich schon erwartet also würde ich mal sagen wir sehen uns nächste part mit einem tod ist das nicht schön ich kann das nicht speichern nach dass sie was bekämpfen noch eine runde weiter ich will aufstehen und willkommen zu dem lebenden ich bezweifle ich habe das licht geht es nicht so elektrisierend so schlechte wortwitze aber zerstörer heißen die zerstörer heißen ja ich glaub sie sind zerstörer okay machen wir das anders das ja wir ihr penner ihr gebt aber auch nie ruhe oder nimmt das und der lebt noch wird sie mich verarschen der hat so eine woki rakete in die fresse bekommen und der überlebt das ich sollte echt nicht weil wir das nicht sagen also richtig aussprechen kann das hat man ja total anlass nicht so lahm egal einmal für dich du kannst tot bleiben von mir aus ich erlaube ich kann sich doch mal abschießen ey ernsthaft okay ich würde mal sagen wir sehen uns nächsten part wie ich hoffe der part hat euch gefallen gebt einen like oder einen kommentar wenn es euch gefallen haben dann sehen wir uns nächste mal wieder ade tschüss tschau tschau bye bye